Ja, hallo Freunde, hier ist wieder KWH Sportwetten. Ich wollte euch nun mal unsere Tipps vom Wochenende präsentieren, die Auswertung. Ja, wie ihr sehen könnt, das ist hier eine Dreierkombi. Spiele ich eigentlich ungern, aber ab und zu mache ich das dann doch. Ja, hier das Spiel Gladbach, das ist ja noch mit Glück durchgegangen, letzte Minute. War ja noch ein Elfmeter, äh Elfmeter sag ich, abseits passiert. Abseits Tor und ja, haben wir Glück gehabt, dass es dann auch abseits war. Die Werte ist durchgegangen, 100 Euro Einsatz und wir haben 456 gewonnen. Dann der nächste Schein ist hier mit Bologna und Eishockey. Das habe ich ja auch schon vorab im YouTube-Video angegeben. Die Krefeld-Pinguine Katastrophe und die Quote für die Augsburg-Panteff haben 2,1. 1,5 war einfach viel zu hoch. Ähm, genau. Und die Werte haben wir dann mit Bologna kombiniert und dann auch gewonnen. Dann das nächste Spiel, sind wir auf das Unentschieden Geld zurück. Ähm, genau. Da haben wir unseren Einsatz von 100 Euro wieder zurückbekommen. Und genau, hier haben wir nochmal eine Dreier-Kombi. Ähm, da brauche ich ja nicht viel zu sagen. Also die ist auch durch. Ähm, genau. Eine Zweier-Kombi. Menü und Marseille haben wir auch gewonnen. Die Kombi haben auch gewonnen. Wie gesagt, Gladbach ein bisschen glücklich. Und die Kombi haben wir zum Beispiel verloren. Das war auf Mainz immer gegangen. Auf Bayern 2. Und wir haben noch eine Wette verloren. Das habe ich in der Telegram-Gruppe gepostet. Das war die dritte Liga. Ähm, da sind wir auf Waldhof Mannheim gegangen. Auf die doppelte Chance. Und auf Halle. Und die haben beide verloren. Und die Wetten haben wir auch verloren. Aber im Großen und Ganzen sind wir mit einem Plus rausgegangen. Und ich wollte euch noch zeigen, was ich jetzt getippt habe für... Kleinen Moment. Für heute und für morgen. Einmal sind wir hier wieder Eishockey auf die Nürnberg Eistigers gegangen. Gegen Krefeld Pinguine. Kombiniert mit Manchester City. 100 Euro. Können wir 248 Euro gewinnen. Und da haben wir noch eine Kombi mit City und Fenerbahce. Also ich denke mal, die beiden werden auch gewinnen. Mit 100 Euro können wir 93 Euro gewinnen. Also checkt mal den Telegram-Kanal, wenn euch das gefällt. Und lasst mal gerne einen Daumen hoch da. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.